bleiben wir mal kurz stehen ja dann bin ich definitiv ein klar fußball guckst du da gibt es jetzt nicht so viel was man verstehen müsste finde ich beim fußball ist das schon ein bisschen was anderes alles was verstehe ich aber auch nicht so die grundsachen passen halt ich will nur mal abwarten ob da noch was passiert hier anscheinend nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich glaube ja ich würde meinen heute ist die letzte aufnahme ich habe auch keine erinnerung mir kommt das vor als hätte ich es noch nie gespielt aber derweil habe ich es gespielt ich guck gerade mal wie sieht das hier aus mit der so eine ganze ecke ich habe aber auch ein schlechtes gedächtnis ihr seid so hässlich so war noch nicht kaputt ich dachte schon kaputt ich weiß halt auch nicht ob das was bringt die anzuschießen und die haut sofort ab wenn ihr sie anschließt ich spare mir die munition ich spare mir die munition ich habe das gefühl gleich geht das licht wieder aus was ist das problem gerade irgendwas stimmt hier nicht ist da ein loch drin ich sehe das nicht genau ob da ein loch drin ist da ist bestimmt ein loch drin ich bin gleich tot warum macht der da nichts drauf ich dachte der klebt da sonst irgendwas drauf oder muss ich einfach nur gas geben kein loch ich sehe da auch kein loch das sieht nur gerissen aus ist er fantasiert ja super ist er jetzt tot oder ist das jetzt die sequenz okay ach die stelle kennst du okay ja bitte ja ich bin noch hier die sind gut fantastische tierwesen wo sie zu finden sind das fand ich auch gut habe ich gerne geguckt wie viele teile gibst du davon ich kenne zwei ah drei teile okay okay ich gucke heute abend Tucker und Dave oder Dave und Tucker ich weiß es gerade nicht das sagt mir nichts das sind so zwei Trottel das ist ein Horrorfilm oft ein bisschen lustig gemacht oh die Tage habe ich einen schönen Film geguckt ich weiß es gerade nicht wieder heiß der Typ hatte der Typ hatte ein Handy und das war kaputt und dann hat er sich sag mal hat er sich ein neues geholt und das Handy hat sein Leben bestimmt also da war eine Siri drauf und die hat das Leben bestimmt von ihm das war so witzig hurra die geilten Spiele von Big Egy was das war einfach was mit Big Egy ok und was steht zur Verfügung ich bin kein Schnatter Fan aber naja hab die Bücher von denen mir fehlen auch die Bücher dann die Behälter Ränge da steht ja gerade irgendwas ist verfügbar bei Steam ich habe keine Ahnung also Harry Potter habe ich auch alle Teile geguckt aber habe ich nicht gelesen den Frag zum nächsten Mal mit dem Wir sind auf jeden Fall da, wo wir hin müssen. Das ist die dritte, zwei Stück kommen danach noch, zwei Dinger. So, erstes Kind ist in der Pofe. Sehr schön, sehr schön. Von Porto habe ich alle Teile gelesen. Ah, lesen ist immer so. Es gibt auch einige Bücher, die ich gelesen habe, tatsächlich. Ja, ich habe das Tor geschlossen. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Seit dem Alarm hockst du da unten rum. Und ich habe die ganze Zeit damit verbracht, das Tor zu bemannen. Hier unten sind ziemlich verrückte Dinge passiert. Ein unvorstellbares Verkehrschaos. Überall Unfälle. Die Rettungswagen stecken wie alle anderen im Verkehr fest. Alle sind durchgedreht. Die Leute rannten mit ihren Koffern und Taschen zum Tor. Die Augen ganz weiß. Ich hatte fünf Soldaten, keine Chance, sie aufzuhalten. Sie schossen in die Luft. Die Menge wich zurück. Fünf Personen wurden dabei gegen die Wand gequetscht. Ich konnte nichts tun. Es ging einfach nicht. Und ich werde auch nicht zulassen, dass du über mich richtest. Oder irgendwer sonst. Lebe wohl. Wir werden uns wohl auf der anderen Seite sehen. Zweites Spiel Fortnite. Ei, ei, ei. Bin mal zocken. Alles klar, war nicht da. Viel Spaß hier. Oh je, jetzt muss ich auf den Pott. Oh nein. Fortnite werde ich auch spielen, aber offline. Es wurde jetzt ein Kompromiss gezogen. Ich habe gesagt, einmal in Dennis Ruhe. Ihr möchtet sich nichts davon hören. Okay, bin ich jetzt hier? Richtig, ja. Mahlzeit. Aber Beutel muss noch kacken. Oder du auch? Ähm. Oha. Äh, schon ekelhaft, ne? Sind wir da jetzt? Okay. Okay. Du bist so ein Assi-Vaneta, wirklich. Ist das normal hier? Oder ist das ein Bug? Bin mir unsicher. Das glaube ich aber auch, ja. Vorhin dachte ich erst noch, es ist richtig so, aber das sieht mir auch nach einem Bug aus. Okay, es ist ein Bug. Wenn es einfach aufhört, sich zu drehen. Oh. Oh. So witzig, was hier für mich abgeht. So witzig, was hier für mich abgeht. Warum der Medi-Pack schon wieder? Was passiert denn jetzt schon wieder? Er verliert ständig Leben. Ja, es sind noch zwei Notizen, die ich finden kann. Also ich denke mal noch so eine Stunde, anderthalb. Es wird auf jeden Fall noch ein Endgegner kommen. Also irgendwas zum Kämpfen noch. Das Bier war schlecht. Schon wieder diese Scheiße hier. Ist die Strahlung wohl zu hoch, wa? Ich kann doch nicht, hier ist, weil wir scheiße sind. Ich kann das Medi-Pack hier verwenden. Vor allem muss ich ja dann auch mal welche finden. Das wäre cool. Ist das das, was ich denke? Ja, das ist das, was ich denke. Weißerbomb. Genau. Genau, das meine ich auch. Ich habe auch nichts anderes gedacht. Und Scheinig natürlich auch nicht. Junge, er ist ur-Psycho, man. Ja, das ist das. Ich werde nicht mehr machen, warum ich schwer nur drauf Bier habe. Das ist das, was ich machenuche. 20. Aber ich habige. Es ist in Belki. Vielen Dank.